Wieso machen wir Social Muscle Club? Und riskieren, dass es ein hippe, performativer Theater oben wird, statt ein soziales Training. Wenn Social Muscle Club nicht nur Spass macht, wenn es auch wehtut, das ist gut so. Hallo miteinander, Grüezi. Ja, ich habe zwei Chansons von Dalida mitgebracht. Wer kennt noch Dalida? Ja? Ja! 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 Alles gut! Alles gut, alles gut. Alles gut! Alles gut! alles gut mit dir. Neile Ir Hud gibi. Klippenbüller Muscle's Gututtome Applaus